Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem allerersten Speed Build von der Prehistoric Kingdom Beta. Ich habe einfach mal angefangen, Wild drauf loszubauen und das Ganze ein wenig zu testen, wie sich das Spiel jetzt so spielt und was sich so geändert hat. Und ich kann schon mal vorweg spoilern, es spielt sich wesentlich besser noch als in der Alpha und es ist schon in der Alpha echt ganz gut gewesen. Aber die haben wirklich viele Dinge angepasst, die die ganze Steuerung und das Feeling beim Bauen sehr, sehr angenehm machen. Also es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Natürlich gibt es auch noch die ein oder andere Sache, die ein bisschen störend ist. Seht ihr auch gleich schon, die erste ist, dauert gar nicht mal so lange. Aber alles im Allen bin ich schon mega zufrieden mit dem Spiel. Da seht ihr jetzt übrigens die erste Sache, die ein bisschen stört. Denn wenn man diese Wege baut, dann kriegt man manchmal so Ecken und Kanten da rein. Und teilweise kann man die dann flicken, teilweise aber nicht. Da sieht es noch schlimmer, oh Gott. Ja, ich habe es irgendwann einfach akzeptiert mit diesen Ecken und Kanten und habe es dann einfach gelassen. Geplant ist ja auch kein ganzer Park oder sowas. Ich werde einzelne Gehege bauen und die dann einfach als Videos hochladen. Die werden auch nicht auf einer Karte oder so sein, ich werde immer eine neue Karte anfangen. Das liegt einfach daran, dass ich das Gefühl habe, dass die Performance von dem Spiel echt nicht die beste ist. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn man so zwei, drei Gehege baut, die wirklich ein bisschen größer sind und viele Objekte und sowas beinhalten, viele Bäume, viele Felsen, dann wäre es von den FPS her, glaube ich, schon nicht mehr so schön. Und das möchte ich halt möglichst vermeiden. Und deshalb werde ich hier immer einzelne Gehege in den einzelnen Videos bauen. Ich hoffe wirklich, dass hier noch einiges passieren wird, was die Performance angeht, weil wie gesagt, aktuell ist es schon sehr schnell an seinem Limit angekommen, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich habe es jetzt noch nie so richtig ausgereizt und getestet, aber ich hatte schon, als ich mit dem Gehege zum Beispiel fertig war, das Gefühl, dass das Spiel schlechter lief. Und es lief schon von Anfang an nicht so mega pralle. Aber egal, wir haben jetzt genug über die Performance und echauffiert, sage ich mal. Das ist auch so ein geiles Wort, ich liebe es, echauffieren. Das ist ein tolles Wort. So, egal, wir fangen jetzt mal an, endlich über das, was ich hier baue, zu reden im Hintergrund. Da habe ich schon mal den Weg als Grundriss gebaut, um das Gehege herum und auch schon mal einen Zaun gezogen. Und jetzt senke ich den Bereich ab, wo dann später die Dinosaurier sein sollen, damit man dann auch von oben so ein bisschen herunter guckt. Das finde ich ja immer sowieso schöner, weil man dann einfach einen viel besseren Blick auf die Lebewesen in dem Gehege hat. Und ich habe mir auch überlegt, noch Wasser als natürliche Barriere so ein bisschen da einzubauen. Das sieht natürlich auch mal ganz cool aus. Ich habe übrigens hier bei dem Gehegebau nicht beachtet, ob die Tiere dann später wirklich aus diesem Gehege ausbüchsen können oder nicht. Das habe ich mir gar nicht angeguckt oder gar keine Gedanken zu gemacht. Ich wollte einfach nur, dass es optisch schön aussieht. Und ja, deswegen schreibt mich jetzt nicht in die Kommentare oder so. Die kann aber da hinten ausbüchsen oder so. Wie gesagt, das habe ich null beachtet beim Bau. Und ich habe einfach ein bisschen ausprobiert, ein bisschen versucht, schön zu bauen. Aber es ist jetzt auch nicht das mega krasse Gehege. Das war, wie gesagt, das erste Mal in der Beta, wo ich richtig baue. Und deshalb wollte ich da jetzt noch nicht so etwas mega Kompliziertes und Aufwendiges machen. Ich tue mich ja immer meistens am schwersten beim Gebäudebau. Das liegt mir irgendwie nicht so. Also keine Ahnung. Also ich mache immer lieber Gehege, als dass ich selber Gebäude baue. Und deswegen mag ich zum Beispiel auch, glaube ich, Jurassic World Evolution 2 so gerne, weil da halt die Gebäude relativ fertig sind. Man kann halt so ein paar Module anpassen, Farben anpassen und dann brauche ich die halt nicht selber bauen. Und hier im Free History Kingdom hat man natürlich auch die Möglichkeit, vorgefertigte Gebäude zu nehmen. Aber dadurch, dass man halt auch alles selber bauen kann, möchte man es ja auch machen. Aber ich habe mich, oder ich traue mich da immer nicht so ran. Ich werde mal schauen, ob ich in den nächsten Folgen mir vielleicht mal das erste kleine Gebäude oder so vornehme und mich dann mal so ein bisschen da herantaste. Aber ja, ich, keine Ahnung, ich habe noch nichts geplant. Lasst euch überraschen, was passiert. Ich bin hier auf jeden Fall schon mega fleißig am Gehege bauen. Bis jetzt habe ich erstmal nur so Grundrisse gezogen, so ein bisschen Berge, die Laufflächen, wo die Dinosaurier dann langlaufen sollen. Und natürlich die Wege und Zäune. Muss man natürlich immer so ein bisschen zumindest planen, bevor man dann mit der Gestaltung vom Gehege anfängt. Die jetzt übrigens losgeht. Jetzt wird nämlich das erste Mal das Terrain bepinselt. Und dann kommen auch schon die ersten Klippen dazu. Da muss ich übrigens Prehistoric Kingdom mega loben. Die haben erstmal jetzt die Felsen so angepasst, dass man die farblich einfärben kann, wie man möchte. Und ich muss echt sagen, dass diese Felsen von Prehistoric Kingdom einfach richtig cool sind und mega gut funktionieren. Man kann hier wirklich oft auch den gleichen Felsen benutzen. Man muss ihn nur so ein bisschen ineinander verschachteln oder ein bisschen drehen. Und dann sieht das trotzdem echt richtig gut aus mit sehr minimalem Aufwand. Und was allerdings auch echt wichtig ist, weil ihr müsst immer bedenken, Dinosaurier sind viel, viel größer als Tiere zum Beispiel von Planet Zuru. Und dementsprechend müssen dann auch die Gehege größer sein. Und dadurch hat man dann halt auch mal so eine etwas riesigere Fläche, wo man Felsen auskleiden muss und sowas. Und da kommt es einem natürlich mega gelegen, wenn das dann mit den Felsen super simpel und schnell funktioniert, wie es jetzt hier der Fall ist. Und dann trotzdem noch gut aussieht. Also das haben die wirklich richtig, richtig gut in dem Spiel gelöst. Ich habe übrigens auch den Dinosaurier, den ich später in dem Gehege haben möchte, nämlich den Pachy Rhinosaurus, habt ihr sicherlich schon gesehen, einmal in das Gehege platziert. Das ist der Fall, weil ich einfach ein Größenverhältnis haben möchte, damit ich weiß, wie groß ich bauen muss. Und halt immer sehe, wie dann im Vergleich der Dinosaurier aussieht. Das habe ich eigentlich für eine ganz gute Idee befunden und kann ich immer noch als gute Idee weiterempfehlen. Also kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Pausiert das Game, stellt den Dinosaurier an das Gehege, für den ihr das Gehege baut. Und dann seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite. Es gibt mittlerweile auch echt richtig viele Items und platzierbare Objekte. Ich habe mir die noch gar nicht alle so genau angeguckt. Die kann man dann teilweise auch, glaube ich, vom Text bearbeiten, von der Farbe bearbeiten und auch von Material und sowas. Also keine Ahnung, da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit in dem Spiel verbringen, um da irgendwie das ein bisschen besser zu wissen. Aber auf den ersten Blick und Eindruck sieht das für mich alles schon echt richtig, richtig gut aus. Und was ich mega gut finde, ist dieses Skalieren-Tool. Das gibt es ja bei Planet Zoo zum Beispiel nicht, dass man zum Beispiel mit Sachen höher ziehen kann, breiter ziehen kann, kleiner ziehen kann. Das ist einfach super, super praktisch. Weil dann muss man nicht immer so flicken und sowas, wenn man zum Beispiel einen eigenen Zaun baut und dann um die Kurven geht und dann das Zaunstück zu lang ist. Da kann man dann einfach das Zaunstück nehmen und es einfach ein bisschen kürzer machen und dann passt es. Es ist einfach mega genial, dieses Tool. Das macht einfach so viel aus beim Bauen. Habe ich aber tatsächlich in diesem Bau jetzt noch nicht so viel verwendet. Ihr seht ja, momentan fällt gerade erstmal relativ viel Felsarbeit an. Und jetzt kommen wir zu einem Tool, was ich glaube ich noch nicht so richtig verstanden habe oder was auch noch nicht so richtig funktioniert. Es kann beides sein. Es kann natürlich auch eine Mischung aus beiden sein. Aber auf jeden Fall meine ich das Terrain-Tool, also damit, wo man den Boden halt anpinselt. Ihr seht ja, das klappt gerade ganz gut, wenn ich hier erstmal so grob überpinsel. Aber wenn man dann später zu diesen Feinarbeiten kommt, wo man dann versucht, diese verschiedenen Texturen ineinander übergehen zu lassen und miteinander verfließen zu lassen, damit es möglichst natürlich aussieht, da habe ich teilweise echt Probleme gehabt. Und deswegen muss ich auch mal viel hin und her pinseln. Ja, bei mir sind immer so ein bisschen diese Übergänge dann teilweise richtig kantig geworden. Und dann muss ich wieder zurückpinseln, nochmal versuchen. Und ja, irgendwie hat das bei mir noch nicht so ganz perfekt funktioniert. Aber mit ein bisschen hin und her war ich dann mit dem Endergebnis dann irgendwann auch zufrieden. Aber das werdet ihr später sehen. Das war jetzt erstmal nur der grobe Grundanstrich. Und jetzt geht es direkt an das Pinseln von den ersten Pflanzen und Büschen. Und da muss ich Prehistory Kingdom wieder loben. Denn dieses Busche, Büsche und Bäume platzierten Tool ist mega genial. Es ist wirklich richtig, richtig cool. Man kann halt unten die einzelnen Pflanzen auswählen. Man kann auch den Radius ändern, die Intensität ändern. Und dann kann man wirklich mega schnell und gut die Sachen bepflanzen und bewalden, wie man es möchte. Und die sind dann auch immer verschieden rotiert, verschieden ausgerichtet und so weiter. Bei den Bäumen muss ich sagen, dass ich die dann doch lieber noch selber platziere. Weil man dann die Größe, die Drehung und die Ausrichtung noch ein bisschen genauer selber bestimmen kann. Und bei Bäumen finde ich es halt immer wichtig. Weil Bäume sind im Endeffekt wirklich Sachen, wenn die an der falschen Stelle stehen, dass die viel Sicht auf das Gehege nehmen. Deswegen finde ich es immer besonders wichtig, dass Bäume niemals die Sicht der Besucher irgendwie groß beeinträchtigen. Noch eine neue richtig coole Funktion, die ins Spiel gekommen ist. Ist das, wenn man diese Pflanzen mit diesem Pinsel-Tool platziert, dann kann man die trotzdem noch einzeln anvisieren. Und dann auch nochmal löschen, einzeln oder drehen oder umpositionieren. Also die werden jetzt wirklich als richtige Objekte erzeugt. Was ich mega, mega gut finde. Aber ich glaube, dadurch ist es auch ein echter Performance-Fresser geworden. Das werdet ihr später noch sehen, wenn ich dann drumherum um das ganze Gehege Wald und so einzeichne. Dann merkt man wirklich, wie die FPS so ein bisschen schlechter werden. Weil halt so viele einzelne Objekte um dieses ganze Gehege drumherum stehen, die man auch alle einzeln anklicken kann und sowas. Falls ihr gerade nicht ganz genau wisst, was ich damit meine, das werde ich dann nochmal ansprechen, wenn es soweit ist. Aber ich gehe jetzt nochmal wieder ein bisschen darauf ein, was ich hier im Hintergrund überhaupt mache. Weil eigentlich ist es gar nicht so wichtig, das immer alles zu erwähnen, weil ihr habt ja Augen, ne? Ihr seht es ja. Und jetzt gerade baue ich halt so ein bisschen Variationen, was die Gehegebegrenzung angeht, in das Gehege ein. Das finde ich eigentlich auch mal ganz cool, wenn man nicht an jeder Stelle genau gleich diese Begrenzung macht, sondern da auch so ein bisschen optische Unterschiede und sowas reinbringt. Das finde ich immer ziemlich ansehnlich. Deswegen habe ich hier so ein paar Baumstämme mit reingebaut. Das ist ja auch so ein bisschen mit ein Klassiker neben Felsen, was Gehegebegrenzung angeht. Sieht aber auch einfach schick aus. Das muss man einfach sagen. Baumstämme gehen immer und die kann man ja auch wirklich auf die verschiedensten Arten und Weisen als Begrenzung benutzen. Ich habe tatsächlich aber jetzt auch darauf geachtet, dass die nicht zu dünn sind, damit es realistisch aussieht, dass die auch wirklich diesen Pachyrinosaurus zurückhalten könnten im Zweifel. Und außerdem habe ich sogar auch noch so einen Gitterzaun in diese Baumstämme mit rein platziert, dass der sozusagen verstärkt ist, der Zaun. Was übrigens auch noch neu ist in der Beta, ist diese Gruppieren-Funktion. Die gab es zwar in der Alpha auch schon, aber man konnte da nicht explizit Sachen aus der Gruppe trennen und in eine neue Gruppe einfügen. Das funktioniert mittlerweile und dadurch kann man sich viele Sachen viel, viel einfacher machen beim Bauen. Und jetzt ging es erstmal wieder richtig viel um Felsarbeit bei diesem großen Berg, der dann den Hintergrund von dem Gehege bildet. Gehege bildet. Dann habe ich nochmal den ein oder anderen Baum im Gehege platziert. So. Und auch noch einiges an Büschen im Gehege untergebracht. Und jetzt ging es wieder ganz viel hin und her mit diesem Pachyrinosaurus. Gräbe-Pinsel-Tool. Und jetzt ging es wieder ganz viel hin und her mit dem Gehege. Und jetzt ging es wieder ganz viel hin und her mit dem Gehege. Musik. 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 Dann habe ich auch noch einige umgefallene Baumstämme und totes Geäst in das Gehege platziert. Untertitelung des ZDF, 2020 Und auf der großen oberen freien Fläche dachte ich mir, dass es nochmal ganz schön wäre, wenn die Dinosaurier dort eine Trinkmöglichkeit haben. Diese habe ich dann wieder schön mit Felsen, Pflanzen und wieder diesen umgefallenen Baumstämmen ausgekleidet. Übrigens bei diesem Pinseltool, was die Büsche und sowas angeht, Dort kann man auch bestimmte Büsche angeklickt lassen und dann auf dieses Delete-Symbol gehen. Da kann man ja Sachen löschen. Und das werden dann genau nur diese Pflanzen gelöscht, die man explizit dort unten ausgewählt hat. Das heißt, man kann dann auch wirklich sehr präzise Sachen löschen. Jetzt kommt noch so ein bisschen der Feinschliff. Das heißt, man kann auch einfach sehr präzise Sachen löschen. Das heißt, man kann auch einfach sehr präzise Sachen löschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und ein paar Bänke platziert, wo sich die Besucher hinsetzen können. Da konnte ich dann sogar die eine Stelle, die im Weg da kaputt war, ein bisschen überdecken. Ein paar Mülleimer noch dazu und dann auf dieser Seite auch ein bisschen Wald platziert und dann auch noch hier die Ränder ein bisschen schöner gemacht mit Gras und ein paar Büschen. Und ja, Leute, damit ist unser erstes Gehege in der Prehistoric Kingdom Beta fertig. Wir können jetzt endlich die Lebewesen platzieren, die wahrscheinlich alle ausbüchsen werden. Ich mache natürlich die Pachis mit dem coolen Fell. Die mag ich richtig gerne. Merkt ihr übrigens schon, wie die Performance hier schlecht ist? Das darf halt eigentlich nicht sein nach einem Gehege, ne? Aber ist doch gar nicht so schlecht geworden. Mir gefällt die Form echt richtig gut von dem Gehege. Dafür, dass wir einfach so drauf losgebaut haben. Und ich muss auch sagen, das Spiel sieht echt richtig gut aus. Nur die Performance muss halt noch deutlich besser werden. Das ist echt doof. Weil hier ein zweites Gehege noch zu bauen mit den FPS ist halt nicht die Ideallösung. Also ich werde beim nächsten Mal halt wieder einen neuen Park anfangen mit einer neuen Gehege-Idee. Vorausgesetzt, das Ganze kommt überhaupt gut bei euch an, ne? Also wenn es euch gar nicht gefällt, dann natürlich nicht. Deswegen, falls ihr mehr sehen wollt, gerne liken, damit ich da Bescheid weiß. Wir überfliegen jetzt nochmal das, was wir gebaut haben. Interessiert euch ja sicherlich. So sieht das aus. Ist relativ braun geworden. Aber ist ja auch nicht schlecht, ne? Kann man ja mal machen. Wir können auch mal die Uhrzeit ändern so ein bisschen. Und das Wetter vielleicht. Jetzt sieht man sogar mal mehr. So sieht es bei Tag aus. Ich werde jetzt auch keine Beauty-Shots oder so mehr machen. Ich denke mal, so kann man das am besten sehen, wenn wir das in Real-Time machen. Das Ganze. Das Spiel ist schon wunderwunderschön. Stellt euch mal vor, ihr steht dann hier so. Ihr könnt dann dort die Pachis beobachten. Das ist schon mega cool. Ich weiß nicht, wie gut man das auch alles bauen kann. Cool, dass hier auch im Hintergrund alles geworden ist. Mega. Ja, bei Nacht sieht man natürlich jetzt nicht so viel. Ich habe ja auch kaum Beleuchtung eingebaut. Sieht aber trotzdem cool aus, das Game bei Nacht. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ich würde jetzt gerne nochmal eben Regen ausprobieren. Können wir auch mal machen. Können auch mal so richtiges Unwetter machen. Let's go. Ich spume mal vor, dann seht ihr auch den Übergang. Boah, das ist ja richtig verregnet gerade. Aber sieht auch cool aus. Wie nass auch der Boden und sowas wird. Oh, der liegt da gerade. Wie cool. Ich mache mal wieder Sonne. Ich will das Video jetzt auch nicht mit so schlechtem Wetter beenden. Ah, das ist schon cool. Also die haben schon einiges an Animationen. Liegen, fressen, trinken. Aber kämpfen und sowas gibt es halt leider noch gar nicht in dem Spiel. Das Spiel ist wirklich schon mega hübsch. Das kann man nicht anders sagen. Es sieht wirklich richtig toll aus. So Leute, ich denke mal, ihr habt das Gehege jetzt gut gesehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr mein erstes Gehege in Prehistory Kingdom findet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst wie gesagt ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Dann eben auch ein biblical будет jarg intensity. Ich denke mal kurz.